Mal gucken, ob das hier befruchtet ist. Das ist noch ein bisschen früh. Oh je, ich habe mich ja nicht befruchtet. Ah doch, da ist was. Ganz schemenhaft, das ist ja gerade mal 31. Ja doch, das müsste man schon deutlicher sehen. Oh je. Also hier an dem 481, der auch schon zwei Kinder von ihm haben ja die erste Verbandsjungtiermeisterschaft mitgeflogen, waren da wesentlich mitbeteiligt, also von ihm habe ich schon wirklich hochtalentierte und Spitzenpreise rausgezogen und da habe ich jetzt dran gepaart, die ist jetzt zweijährig, das war letztes Jahr eigentlich mein stärkstes Weibchen. Das ist eine jährige, die stammt wieder, das ist die 19. Der Vater ist ein Originaler, Sabrina Brugmanns, das ist ein Sohn aus der Blue Ace, wer jetzt Brugmanns-Tauben kennt, Blue Ace, das ist ein Begriff bei ihm und die Mutter ist eine Originale von Roland und Dennis Faber, Tochter 6,55, das ist ja ein Sohn, 5,57, Stammmutter und die Mutter, also die Großmutter mittellicherseits ist auch wiederum eine Tochter aus 5,57, also ihre Mutter ist Halbgeschwisterpaarung, Kinder aus der 5,57 und die hat, jung weiß ich gar nicht, das ist ja auch 21er Jahrgang und dann jährig habe ich sie nur neunmal gesetzt und da hatte sie sieben Preise, aber sie war immer früh, immer früh, also wenn sie Preis hatte, von neun hatte sie zweimal keinen Preis, da standen sie jedes Mal in den Folgen, also knapp rausgefallen, aber die siebenmal, wo sie dann preispflegte, war immer früh, immer, ich glaube bis zum 28. war der schlechteste, aber zweiten, dritten, vierten, also ich müsste nachlesen, jetzt kann ich nicht ganz genau sagen, aber immer vorne rein, ja. Jetzt auch in der Hand hier, ja, wenn du sie, wenn du hier, das ist eine Hand, das ist eine Traumtaube, ne, willst du ja gleich mal in die Hand nehmen nämlich an, das ist, die hat alles, ja. Jungtierentwicklung bedeutet ja eine unheimlich hohe Stoffwechselleistung, dieses Wachstumsgeschwindigkeit, ja, Junge, die geschlüpft sind, verdoppeln ja ihr Körpermasse, ihr Körpergewicht innerhalb von 24 Stunden, das ist ja eine enorme, ja, Leistung im Stoffwechsel und das kannst du nur sicherstellen, indem du erstmal alles, was das Tier braucht, ins Ei hineinkommt, das heißt, Vitamine, die lebensnotwendig sind, wie wir sie hier im Gervit W enthalten haben, diese Vitamindepots müssen aufgefüllt sein, bevor die Zucht beginnt, also schon in der Zuchtvorbereitung, nicht nur Vitamin E als Fruchtbarkeitsvitamin, sondern auch ein Multivitamin, wo auch fettlösliche, alle wasserlöslichen Vitamine dafür sorgen, dass der Bedarf, der tägliche Bedarf und dann auch der Leistungsbedarf eben ein entwicklungsfähiges Brutei zu bilden, dass das sichergestellt ist. Brieftauben sind ja Organismen, die auf Vitalität ausgelesen werden durch die Wettflüge, das heißt, die haben in sich erstmal durch den Selektionsdruck eine hohe Vitalität, aber das kann man über die Ernährung noch deutlich verbessern, deutlich unterstützen und dafür sind solche Multivitaminprodukte wie ein Gervit W, wo wir ja ein Vitaminprodukt haben, was in seiner Zusammensetzung der einzelnen Ausgestaltung und Höhemengen, der Gehalt der einzelnen Vitamine auf den Bedarf der Taube ausgerichtet ist. Das ist ein Produkt eben speziell für die Brieftaube entwickelt und das auch schon viele, viele Jahre auf dem Markt in der Form. Und damit stelle ich eben sicher, auch beim geschlüpften Jungtier, dass diese hohe Stoffwechselrate, das schnelle Wachstum stattfinden kann. Aber das heißt schnelle, das normale Wachstum der Jungtauben im Nest stattfinden kann. So, hier habe ich mein Mineral. Da gebe ich ja bei den Zuchttauben, wird ja jeden Tag, auch bei den Reisetauben, wenn jetzt Zucht ist, jeden Tag die Mineralien frisch gegeben. Das ist jetzt eine Mischung aus Expert Mineral, Taubenfreund Kritt und Zucht- und Mauser Mineral. Das machen wir jeden Tag frisch, wie gesagt. Hier ist jetzt noch der Rest, der Rest von gestern. Das schmeiße ich einfach durch und dann kommt frisch rein und morgen früh wird das wieder gewechselt. Und so haben wir jeden Tag, wenn der Verbrauch steigt, dann gebe ich einen Tick mehr. Ja, das ist ja jetzt der 328. Das ist der Vogel, der Partner von dem Weibchen aus der Gemeinschaftszucht. Und der ist gezogen aus einer Original von Markus Neb, das ist die 55. Da habe ich ja auch, der 481 übrigens, der hat die 55 auch als Großmutter oder Urgroßmutter. Der 1350 ist ein Sohn, es war quasi ein Halbbruder zu ihm und 1350 ist der Opa vom 481. Und so, und er, den habe ich nur jährig gespielt, war der einzige Vogel bei uns in der Regional-, in den 3-RV-Fluggemeinschaft, der 1111 geflogen hat. Also mit Emshorn zusammen, zwei RVen. Und war RV bester Vogel, hatte auch einen ersten Konkurs als Jähriger. Und dann habe ich ihn direkt in die Zucht genommen. Also nur jährig geschickt, der Vogel hier. Das war ja so die Jahre, wo ich nicht so viele gute Vögel hatte, wo die Weibchen, also sagen wir mal die fünf besten Tauben da, wenn da ein Vogel dabei war, in dem Fall war er es. Und da habe ich gesagt, komm, jetzt hast du mal wieder so einen guten Vogel, du brauchst ja, du willst ja, warum schicke ich dir alten, um die besten rauszufinden, um wieder mit denen weiter zu züchten. Also ist er in die Zucht gegangen und das hat sich total rentiert. Der habe ich so viel Gute mit ihm, mit dem Weibchen auch. Und ja, das ist jetzt schon ein 16er Vogel, auch nicht mehr ganz jung. Also auch abgegebene Tauben, nicht nur bei mir, beim Frederik, der 175, der hat zwei Erste geflogen. Wenn er den auf die Endtour gespielt hätte und er hätte einen Spitzenpreis gemacht, dann wäre er dort, also bis dahin war er der Erste Regional als Jähriger. Aber Endtour hat er nicht gespielt. Der verhindert ja manchmal die großen Erfolge, die man so nicht verlieren kann oder will. Aber es ist ja nicht falsch. Und das ist der 328. Und sein Vater, 684, den hat mein Vater in Offenbach gereist. Ich habe die Tauben ja gezüchtet. Immer eine Runde zu meinem Vater. Und 684, das waren von Jahrgang 10, also hier schon gezüchtet, der war, das war so mit der Beste, den er hatte damals. Da hatte ich auch mal was Gutes draus. 684. Da weiß ich ganz genau. Ja, ja, ja. 684, da kommt auch 707, 708 raus. Also das war ein guter Zuchtvogel auch. 684, da ist er auch raus. Und der war ja damals auch schon ein 7-Jährig, 2010, wie er als Jähriger 2017 so gut war. So, und dann habe ich entschieden, ihn nicht mehr weiter zu spielen. Und das war eine absolut richtige Entscheidung. Ja, also von ihm sind auch sehr, sehr gut zur Reise Tauben gezogen. Und wie gesagt, nicht nur bei mir. Auch Ulrich hier, die kriegen ja auch jedes Jahr so 8 bis 10 Junge, manchmal 12. Die haben von ihm logischerweise auch schon Junge gehabt, die, da war auch einer, ich kriege jetzt nicht mehr richtig zusammen, aber auch herausragend geflogen. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja.